Wie ist NA so viel schlechter als EU-West? Das Ding ist, wenn du in NA Challenger bist, heißt das noch lange nichts, okay? Wenn du in NA vielleicht Top 10 bist, dann bist du wahrscheinlich gut, ja. Aber wenn du in NA Rang 250 Challenger bist, dann ist das so wie, als wenn du auf EU-West Master bist. Nur in LP, glaube ich. Also weißt du, du gehörst ja bei 300 schon zu den... Es ist einfach, weil die Spielerbasis in NA sehr viel kleiner ist als auf EU. Ich werde nach unten voll clearen. Und wenn es gut aussieht, oder wenn ich keinen Flash habe oder so, könnte ich denken. Aber ich glaube, ansonsten sollten wir nichts forsten. Okay, wir werden wahrscheinlich in so einem Blue-Engels worden sein. Habe ich nicht die anderen gedacht, aber es sollte fein sein. Ich kann uns sonst schnell hinmoven. Nein, 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 ist okay. Wenn du da bist, dann gehen wir in Wäden. Ihr habt hier Pryo, oder? Ja, ja. Ich werde erscheint alles noch da zu sein, mal gucken. Also, wenn du in Wäden willst, ich bin dabei. Nein, ich will nur die Krabbel. Und dann würde ich, glaube ich, basen unten. Ja, Krabbel ist Free, glaube ich. Ich weiß nicht, wo der Graves ist. Warden. Okay. Hast du ein Ward für Free gerade? Ja. Ich kann ihn hier hinsetzen. Hast du schon sworn? Ja, wäre nass. Ich glaube, jemand war oben. Einfach über Warden oder so? Oh, okay. Ja, Graves war oben. Aber ja, ich kippe es nicht. Ich stelle die Counter-Gang, bitte. Ich move. Aber die wissen das halt, glaube ich. Ich glaube, der ist weg. Wait, der ist immer noch oben. Ich bin da, ich bin da. Die wissen nicht, dass ich da bin. Go, go, go. Der hat noch Face Rush, also musst du auffassen. Ja, ich bin fein, aber... Ich bin auch gut. See you again. Wir broken uns Jungler, stop you. Ich bin immer füch, man. Let's get it. Ja, ich kippe 100% Leroy 6. Insane, to play in Zuzulo Q after scrims. What? Trina. Okay, that Face Rush. Hinter dir ist Diana, by the way. Yes, gut, das ist gut. Ich hab den. Nein. Ach, ich hab getroffen. Können wir die auch killen? Ich werde invest, das gleich. 8 Sekunden für E. Ich hab noch Ult, ich hab noch Ult, ich hab noch Ult. Ich hab... Ja, du bist fein, oder? Ich bin fein, ja. Ne, bist du nicht. Bist du nicht, bist du nicht. Bist du nicht, oder? Ich kille mein... mein... mein Life. Nice. Okay, what? What? Ich hab die Q nicht gesehen. Ich hätte flashen können, whatever. Ja, ich hab die auch nicht gesehen. Ich dachte, der war schon tot. Das ist Gerberos. Guck mal. Wer? Wer ist Gerberos? Was? Die Fioch, guck mal, wie die alte ist. Das hat sich keiner für den Kotz gekauft. What are you doing? Lauf, Junge! Warum soll ich da diesen Trin nehmen? Ach, halt dein Maul. Mein... Wir haben das jetzt nicht. Weil ich gewohnt bin. Ich kenn wie du. Ja, ich kann base'n. Dann komm ich boop. Ich glaub, ich komm ins. Die hat keinen Diggans, keinen Shroud That's fine Tja, was war das denn? Was? Ihre Mini Diggans, ich kann da noch killen, no? Äh, maybe Ne, meins Ich hab Shield in 6 War mir in den letzten Fall, aber die da nicht Der hat meine E gecancelt, deswegen hat der überlebt Wait, warum würde die sich flashen? I don't know Weil die alles misst, I guess Ich hab die broken set, by the way Oh, oh my god Ich bin fast in die Graveskew gerannt Was macht mein Affe? Wait, wir können die doch killen, no? Ja, ja, ich heal, ich heal To late Wenn ich jetzt bock move, ist sowieso schon whatever Das Ding ist, ich kann sie halt nicht Ich glaub du musst mit W anfangen Bis sie ihre W raus hat Aber die wird die gleich weh, die wird gleich weh Ich hab Shield in 4 2 Oder 1 Ach 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 nice Aber im Borderline turret ist halt gone Ja, ich ging aber top Das ist mittel, mittel? Nein, lass die wir top nehmen Das sind viel Klappen In der Mitte sinds dann tot Aber Ich glaub ich ging aber top auch Also Weil die Rela gesmurfed by the way Holy moly Ich bin so rieger fett, ne? Ja Ich bin so rieger fett, ne? Ja Es ist, also ich weiß nicht ob die Gegner auch spielen können Ich glaub nicht Ich hab's nicht Nein aber, wie würd ich so nicht da hinbekommen? Nein, aber nicht ohne Echt nur ein kurzes Problem Sitzende kommt Die move weg, die move weg Die move weg, die move weg Das ist fein, oder? Ich hab gleich Und ich krieg den Kill Das war dabei Ja, die ist dick Die ist wahrscheinlich den range Ach, schade Was war Die ist aber top, oder? Vielleicht tot, ja. Ich hab gleich Speed. Ich hab auch erst in 3 Sekunden weh. AHHHHHH!!! Aber, maybe ist es gut. Actually... Ah, ne. Kaisers ist gar nicht gemovt. Warte, warum war der Graves hinter der Wall auf den Krux? Warum move? Take this. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, btw. Du hast so einen fetten Shutdown. Nope. Gar nicht gut. Ich hatte auch Diggins. Ne, ne, das war terrible. Wenn sie überlebt, ist es fein. Ne, war auf jeden Fall terrible. Da muss ich nicht ulti, ne? Wer ist das hier? Ich wandte den. Der geil, geil, geil. Oh mein Gott. Er ist gerootet, er ist gerootet. Ah. Ich hab Shield in 9. Ich hab den extra gekauft. Ah. Ah, ich wandte den gleich durch extra, wenn ich mal einen Drabagons hab. Der 2000 HP, ne? Der hat genau so viel HP wie der Set. Ja, ja. Eben. Das ist das krasse. Aber die hat auch ein Frozen Mullet. Ja. Aber ich glaub, das ist stupid, by the way. Okay. Ha, 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 ha. Haben wir einen mids ulti? Ja, ich nehm jetzt auch. Ich hab keinen ulti. Ha, 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 ha. Okay. Das ist glaub ich nicht so gut. Das ist glaub ich nicht so gut. Ich hab mal zurück gemacht. Okay, safe. Ist da? Ist richtig los. Die Kaisers ist ja richtig gut, aber. Soll wir nicht? Aber. Ja, nein. Ich hab keinen Zweiter. Ich hab... Wenn der Graves nicht kommt, so zwei, sondern... Ah, der kommt nicht. Ich hab so viele Daesh, das ist echt insane. Es ist gut. Ah, wir sind tot. Das ist nicht gut. Ah, wir... What ist das? Welp. Wait, der hat mich, actually... Ach, warte, warte. Der hat mich geholfen, oder? Warte. Was ist das? oh no oh no oh no oh no oh no no no! lauf! Okay, ich sag mal super kill. Oder? Oh, was war es so close? Actually, hab den! Nice. Immerhin, ne? Graves is here, wo. Kein Old. Oh mein Gott! Und ich hätte auch gar keinen ach, whatever. Ah! Du bist der Senna. Die hat instant gesungen erst, ach du scheiße. ACH! Ach, er ist besen. Ja. What is this? Wir hätten Nash'n können. Hallo, guys? Seid ihr verrückt? Wir hätten Nash'n machen können, ne? Ja. I guess. Oh, ja. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Das war's gut, oder? Ja, das war's. Aber wenn du die Uhr rauskriegst, bevor ich ne Setze, ist schon gut. Was dann? Vielleicht? Ja. Alright, let's go. Ich mach das immer auf diesen Champion, dass ich richtig... Also Early fühle ich eigentlich ganz okay und dann fang ich an runter zu rennen, weil ich Limiteste... Oh mein Gott. Ja, das ist ein bisschen kleiner Einweer auf dem Scham. Ja, das ist ein bisschen kleiner Einweer auf dem Scham.